Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Privatreisen nach dem Ausland können beantragt werden, die Genehmigung werden kurz vor sich erteilt. Erst drückt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Er hat schläft, der ist tot. Ein Mann feiert sich selbst, lässt sich bejubeln. Beim Fackelzug zum 40. Geburtstag der DDR am 7. Oktober 1989. Honecker wippte mit den Füßen und sang die Lieder mit. Er verhielt sich so, als ob er nichts rundherum wahrnehmen würde, als ob er in Trance wäre. Ein Staatsschauspiel. Mit herbei befohlenen Darstellern. Unter Bewachung. Bereitschaftspolizei, Polizei, Armee und dann eben die Stasi, die eben weiter nach hinten an den Häusern eigentlich gestanden hat, mit ihren langen Wändeln. Das war extrem abgeschottet gewesen in einem Streifen von 20 Metern, wo überhaupt gar keine Chance gewesen ist, eigentlich irgendwo auszubuchsen. Seit Tagen befindet sich Erich Honeckers DDR im Aufruhr. Die Leute, die sahen dieses kaputte, heruntergekommene Land, und haben das täglich gespürt, was eigentlich der Sieg des Sozialismus bedeutet. Und das hat die Leute so rasend gemacht. Wir sind der Fall! Wir sind der Fall! Auch, dass an diesem 7. Oktober nicht ein bisschen ein Eingeständnis gemacht wurde, und gesagt wurde, es gibt Probleme, die kann man lösen, wir müssen was weiß ich was machen. Nee, die haben sich gefeiert, 40 Jahre DDR, als wäre nichts passiert. Hochmut vor dem Fall. Selbst viele der Gratulanten jubeln nicht Honecker zu, sondern ihrem Hoffnungsträger Gorbatschow, rufen ihm ihre Wünsche entgegen. Reisen, Freiheit, Länder, raus, raus, wirklich dieser Begriff raus, Grenzen, also es ist so einfach so Brocken von Begriffen. Wir hörten das, und Mieczysław Rakowski, der polnische Premier, kam auf mich zu und fragte, Michael Sergejowicz, verstehen Sie Deutsch? Ich antwortete, genug, um das zu verstehen. Ja, da sagte er, das ist doch das Ende. Das Ende einer Geschichte, die genau 40 Jahre vorher begonnen hatte. Der Fackelzug der FDJ, zur Gründung der DDR, organisiert von Erich Honecker. Wir, die deutsche Jugend, gelobt, der deutschen demokratischen Republik treuern, weil sie der Jugend Frieden und ein besseres Leben bringen will und bringen wird. Der Bergarbeitersohn aus dem Saarland ist damals Chef der kommunistischen Staatsjugend. Er war ein eifriger Funktionär, also steht einwandfrei fest. Also das Bild, das sich bietet aus diesen Anfangsjahren, wie er da rumkrakeelt, rumkreischt sozusagen und die Linie verpflichtet. Und auch konkret, also in der Politik und in der Führung dieses Jugendverbandes, wie er sich da Leute ranholte, die seine Truppe waren. Wie andere sozusagen nach außen gedrängt wurden. Also in dieser Zeit empfiehlt er sich, also Ulbricht als einer der fähigsten und der konsequentesten und entschiedensten Jungfunktionäre. Unaufhaltsam macht Honecker Karriere. Als Ziehsohn von Walter Ulbricht. 1958 macht der ihn zum Sekretär für Sicherheitsfragen. Zuständig für Militär, Polizei und Stasi. Er war de facto der zweite Mann. Das war der Partei klar. Wenn er anrief irgendwo und hätte also irgendetwas beanstandet, dann wäre so reagiert worden, als wenn es der erste wäre. Also damit war er etabliert. Berlin 1961. Honeckers Feuerprobe kommt in diesem Sommer. Noch ist die Sektorengrenze offen. Täglich verlassen Hunderte den Ostteil der Stadt. Die DDR blutet aus. Die Kontrollen an der Sektorengrenze werden verschärft. Öffentlich erklärt Ulbricht. Ich verstehe Ihre Frage so. Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ende Juli werden die Vorbereitungen verstärkt. Seinem Sicherheitssekretär Honecker hat Ulbricht den Auftrag gegeben, heimlich die Sperrung der Sektorengrenze in Berlin vorzubereiten. Am Abend des 12. August ist es soweit. Dann bin ich in den Wagen gestiegen, nur die kurze, kurze Stück zum Alexanderplatz in die Geibelstraße, wo das Präsidium der Volkspolizei war. Und es wurde uns gesagt, in einem Nebenzimmer sei ein Stab, den Erich Honecker leitet. Ulbricht sei nicht in Berlin, der ist außerhalb. Und es wird die Grenze geschlossen. Um Mitternacht marschiert die DDR-Staatsmacht, bringt sich in der Nähe der Sektorengrenze in Stellung. Im Westteil ist es eine Sommernacht wie jede andere. Doris Monstein kommt noch spät von einem Besuch bei ihrer Mutter im Osten zurück. Es waren dieselben Grenzposten, die da gestanden haben. Da war gar nichts zu merken. Vielleicht versteckt irgendwo, wo man das nicht einsehen konnte. Aber direkt am Kontrollpunkt, am Übergang, da war nichts zu sehen. Ich bekam den Auftrag, die Kampfgruppen der Arbeiterklasse, wie wir sie nannten, zu mobilisieren. Damit sie an die Grenze gehen, um das Schließen der Grenze auch mit der Polizei gemeinsam zu vollziehen. Was war das für ne Lust, am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an. Dem einen bringt die 13 Pech, dem anderen bringt sie Glück. Doch was man mal verloren hat, bekommt man nicht zurück. Morgens, als ich dann aufwachte, machte das Radio an und da habe ich die erschreckende Nachricht gehört, dass die Grenzen zu waren. Und meine Mutti wollte mich am Sonntag besuchen kommen und das war so furchtbar. Wer kann, versucht noch zu entkommen. In der Bernauer Straße gehören die Häuser zum Osten, der Gehweg zu West-Berlin. Doch bald ist auch dieses Schlupfloch verschlossen. Ein flüchtiger Blick. Für Doris Monstein viele Jahre das Einzige, was sie von ihrer Familie sieht. Man traute sich nicht und ich habe mich auch nie getraut, irgendwas rüberzurufen oder so. Ja, das, da hatte ich Angst. Alle paar Wochen kommen die Mutter und die Schwester an die Mauer. Die Mutti weint und wir haben geweint. Also ich bin schon nicht gerne dahin gegangen. Man wusste immer, man sieht sich, nicht? Aber wir durften nicht stehen bleiben, alles nur im Vorbeigehen. Also wenn wir stehen geblieben sind, dann kam die Polizei. Eigentlich habe ich immer gesagt, ich möchte mir das nicht antun. Wenn man sich nicht gesehen hat, war es nicht so schlimm. Aber den Moment, wenn man sie sah, das war ganz furchtbar. Am liebsten wäre ich rübergegangen, hätte es in den Arm genommen. Im Namen der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, sowie in meinem eigenen Namen, spreche ich allen Genossen und Kollegen, die maßgeblich zur weiteren Verstärkung des antifaschistischen Schutzwalds in Berlin beigetragen haben, Dank und Anerkennung aus. Die Tatsache, dass er der Mann war, der organisatorisch diesen Vorgang des Mauerbaus bewältigt hat, mit dem, unter der Glocke der Konspiration, des schnellen Ablaufes, das alles sitzen muss, das war natürlich für die Befestigung seiner Position in einer von Ulbricht geleiteten SED enorm wichtig. Die Mauer. Honeckers Gesellenstück. Also ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass wir nochmal eins wären. Also ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es immer mehr befestigt wurde. Es war praktisch gebaut für die Ewigkeit. Die Existenz dieser Mauer wurde, jedenfalls nach meiner Erfahrung, über einen längeren Zeitraum kaum thematisiert. Also jedenfalls in meiner Generation nicht den Bekannten nichts anderes als das geteilte Deutschland. Seit 1971 ist die DDR Honeckers reich. Putschartig hatte er seinen Ziehvater Ulbricht beiseite geschoben und ihn aufs alten Teil gedrückt. Wenn man Honeckern näher kennenlernte, dann merkte man, dass das hier schon ein Politiker von erheblichem Kaliber ist. Dass er ein Machtmensch par excellence war. Seine öffentlichen Auftritte hatten mich früher auch immer etwas getäuscht. Ich dachte, er wäre ein relatives Leichtgewicht, wie man sah, wie er sprach, wie er sich bei großen Kundgebungen gab. Er war etwas linkisch, aber im kleinen Kreis sah man, dass er die Sache absolut im Griff hatte und dass er ganz unbestritten die Nummer 1 war. Die neue Nummer 1 startet in den 70er Jahren eine Charme-Offensive im Westen. Mit Erfolg. Viele Staaten erkennen die DDR an. Sie sitzt nun mit am Verhandlungstisch, auch bei der großen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 1975. Ich glaube, es gab auch eine sehr persönliche Komponente bei Honecker, der aus einem kleinbürgerlichen Milieu kam und schon auch sich bestätigt gefühlt hat, wenn er von denen anerkannt wurde, die die Macht hatten in der Welt. Besuch bei Kali-Kumpeln im Eisfeld. Aus dieser Welt kommt er. Für sie glaubt er, Politik zu machen. Wenn man eine Wohnung sicher hat, eine Arbeit sicher hat, sich kleiden und essen kann und nicht unter der Brücke schläft, das ist schon für Erich Honecker Sozialismus. Und das war auch sein Ansatz für die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das heißt zu Deutsch, Wohltaten für das arbeitende Volk. Neue Wohnungen vor allem. Bis 1990 soll das drückende Wohnungsproblem der DDR-Bürger gelöst sein. Der Wohnungsbau zeigt die Logik der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. So wie wir arbeiten, so können wir leben. Das war, das ist und das bleibt so. Diese proklamierte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik hatte hier einen Slogan. Ich leiste was, ich leiste mir was. Bei Ulbricht lautete der Slogan, wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Unter dem Strich verlegte Honecker den Zahltag des Sozialismus ins Heute vor. Nicht das sozialistische Paradies für kommende Generationen, sondern Genuss sofort. Und ein Hauch von Freiheit. Vermeintlich. Dieses Unechte, dieses scheinbare Öffnen in die Welt hinein, fanden wir schon ziemlich problematisch. Und dafür stand eben auch Honecker, der eher einen schönen Schein und auch einen Schein von Liberalität zu verbreiten, versuchte, aber nicht wirklich dort etwas zu ändern bereit war, wo es unserer Meinung nach notwendig erschien. Also nicht wirklich ein Stück weit demokratische Öffnung ermöglichte. Jena. In den 70ern entsteht hier ein Freundeskreis. Unter den Fittichen der Kirche. In der jungen Gemeinde. Charakteristisch für mich und meine Freunde war, dass wir einfach ein freies Leben wollten. Dass wir nicht am Gängelband der Staatsführung hängen wollten, sondern dass wir unser Leben selbst gestalten wollten. Und das hat uns ausgemacht. Und da sind wir immer wieder an die Grenzen dieses Staates gestoßen. Durch massive Zugriffe der Polizei, durch Bespitzung der Stadtsicherheit. Oder auch, dass wir an den Universitäten oder Schulen nicht frei unserer Meinung sagen konnten. Und die Folgen gespürt haben, wie ich zum Beispiel, dass ich von der Uni geflogen bin, weil ich meine Meinung freigesagt habe. Nach seinem Rauswurf aus der Uni beginnt Roland Jahn mit politischen Aktionen. Halb als Stalin, halb als Hitler geschminkt, geht er 1977 zur offiziellen Mai-Feier. Frech, aber nicht illegal. Es war naiv zu denken, sie halten sich an ihre eigenen Gesetze. Ich musste später lernen, dass ich einfach weggefangen werden kann. Sie machen mit mir, was sie wollen. So wie mit einem seiner Freunde. Matthias Domaschk. 1981 kommt er unter bis heute nicht geklärten Umständen ums Leben. Matthias war auf dem Weg nach Berlin, um Freunde zu besuchen, um dort eine Geburtstagsfeier abzuhalten. Und zufällig war ein Parteitag der SED. Und man dachte, ah, vielleicht will der diesen Parteitag stören mit irgendwelchen Provokationen. Und da hat man ihn einfach aus dem Zug geholt. Matthias Domaschk wird in die Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Gera eingeliefert. Eine Nacht lang verhört. Am Morgen ist er tot. Angeblich Selbstmord durch Erhängen. Wir als Freunde bekamen nur von seinen Eltern die Mitteilung, er ist tot. Und das bedeutete schon Schock. Es ging nicht mehr um irgendjemandem Verhör, um irgendeine Festnahme. Es ging um Leben oder Tod. Und es war ganz nah dran. Doch Roland Jahn und seine Freunde machen weiter. Trotzdem. Engagieren sich öffentlich gegen die zunehmende Militarisierung der DDR. Jahn wird zum Staatsfeind. Eines Tages haben sie mich aufs Amt bestellt, unter dem Vorwand. Und haben gesagt, so, heute reisen Sie aus. Ich hab gesagt, nein, das fällt aus. Hier bleibe ich, hier möchte ich leben. Aber die Staatssicherheit lässt ihm keine Wahl. Dann haben sie mich in den Interzonenzug gesteckt, der nach Bayern fuhr, im letzten Waggon eingesperrt. Was für die einen der Goldenen Westen für mich ein Vertreiben aus der Heimat war. Weg von Freunden, von Eltern. Weg von der Heimat, wo ich eigentlich leben wollte. So sieht sie aus, die Freiheit, die Erich Honecker meint. Wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Und wird bekämpft. Mit aller Macht. Die Macht, das ist das Allererste. Ohne die Macht hätte die Arbeiterklasse mit ihren Verbündeten, die entscheidenden Produktionsmittel, nicht dem Volkseigentum überführen, hätte sie die Grundlagen des Sozialismus nicht schaffen können. Doch es kriselt in der DDR. Honeckers Sozialpolitik ist zu teuer. Nur 4% ihres Einkommens müssen DDR-Bürger für die Miete aufwenden. Südfrüchte werden gegen Devisen eingeführt. Und Brot ist so billig, dass es nicht selten als Tierfutter verwendet wird. Man sah ja in den anderen Ostblockländern, wie die Dinge teuer wurden. Dort gab es eben eine Inflation. Und es verbannt sich mit Honeckers Wirtschaftspolitik auch so eine kleine ratlose Bewunderung. Ja, wie machen sie es denn nur? Bei uns bleibt das alles so mit den Mieten und mit den Brotpreisen. Dass eben das verheerend war, dass die Bausubstanz verfiel, weil die Mieten das nicht abdecken konnten. Das hat man sich nicht so klar gemacht. Hinter den verschlossenen Türen der Parteizentrale gibt es Kritik. Honeckers Kurs überfordert die Wirtschaft und führt in die Pleite, warnt DDR-Planungschef Gerhard Schürer im Politbüro. Honecker hat empört reagiert und hat gesagt, wenn der Genosse Schürer, sonst sagt er immer Gerhard, wenn der Genosse Schürer und die Regierung der DDR diese Ansicht vertritt, die er hier gesagt hat, dann sabotiert er und alle, die das unterstützen, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und da muss ich ehrlich sagen, das Wort Saboteur, also ist in kommunistischen Parteien und sozialistischen Parteien ein schlimmes Wort gewesen. Eine offene Drohung. Schürer, nachdem er einen auf den Deckel gekriegt hat, konnte dort auch nichts mehr geltend machen. Ja, sondern so geht es weiter, davon lassen wir uns nicht abbringen. Wir machen Schulden, Schulden, Schulden. Und im Übrigen sind mit den Schulden so, das Peinliche sind die Zinsen, um es nochmal zu sagen. Schulden, die machen wir bis zum Exzess, kriegen die nie wieder, weil der Sozialismus siegt, auch in diesen Ländern. Und da wird nicht zurückgezahlt. Also das Kapital finanziert mit seinen Anleihen unsere Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ausgerechnet der Antikommunist Strauß hilft 1983 dem Kommunisten Honecker aus der Verlegenheit mit einem Milliardenkredit. Gegenleistung? Die Selbstschussanlagen an der Mauer werden abmontiert. Doch weiterhin ist Honeckers Befehl in Kraft, gegen sogenannte Grenzverletzer rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Wer das Leben stört und die Warnung nicht hört, stürt die Faust unserer starken Armee. Solang man aus Bonn noch mit Kriegsbränden droht, stehen wir auf der Wacht an der Späne. Flucht, ein tödliches Risiko. Im Dezember 1983 wagt es der Ostberliner Silvio Procksch trotzdem. Er war jung, er wollte leben, er wollte was sehen. Und nicht immer nur eingesperrt sein. Silvio und seine Schwester Helga sehen sich am Weihnachtsfest 83 zum letzten Mal. Und dann haben wir uns Tschüss gesagt, aber man ahnte ja nicht, dass jetzt irgendwas Gravierendes passieren würde. Man hat angenommen, naja, beim nächsten Mal sieht man sich ja wieder. Doch Silvio macht sich in dieser Nacht zusammen mit seinem Bruder Carlo auf den Weg zur Mauer. Silvio klettert darüber. Carlo schafft es zurück nach Hause. Da kam Carlo mir entgegen, es war genau 19.40 Uhr und der war richtig verheult und schmutzig. Ich sage, was ist denn mit dir los? Und da sagte er, sie haben gerade Silvio erschossen. Ich sage, wie? Wir haben den doch gerade erst noch gesehen. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie auf der Straße oder was? Man kann sich das ja gar nicht so in den Sekunden, wie man jetzt so eine Nachricht erst mal im Gehirn so schnell verarbeitet. Da geht ihnen ja so viel durch den Kopf. Der Tatort. Sieben Schüsse treffen Silvio Proksch in den Unterleib. Dann verliert sich seine Spur. Wir haben jetzt immer gehofft, naja, vielleicht ist er bloß angeschossen, dass jetzt irgendwie durch die Medien jetzt vom Westen her Radio oder Fernsehen berichten würde, dass da Fluchtversuch stattgefunden hat und dass man vielleicht sagt, er ist angeschossen oder er hat es geschafft oder so. Aber wir hörten gar nichts. Stattdessen werden alle Mitglieder der Familie zum Verhör bestellt. Immer wenn man sagt, naja, sie müssen doch wissen, was passiert ist. Nein, es ist an dem Tag kein Grenzzwischenfall gewesen. Es gibt keinen Verletzten und keinen Toten. Sie haben es richtig verleugnet. Ja, und sie können uns jetzt doch sagen, nein, da ist nichts. Also wir sollten uns jetzt damit zufrieden geben. Und wenn wir irgendwelche anderen Sachen verbreiten würden, haben sie uns gedroht, dass man dann mit Gefängnis irgendwie bestraft werden würde. Sie haben bis zum Schluss gelogen. Bis zum Schluss. Erst nach der Wende bekommt sie Gewissheit. Silvio ist getötet worden. Bis dahin Jahre des Hoffens und Bangens. Man musste diesen ganzen Kummer für sich alleine eigentlich verarbeiten. Ja, und meine Mutter oder unsere Mutter hat es ja auch nicht verkraftet. Die ist ja genau ein Vierteljahr, nachdem mein Bruder da ums Leben gekommen ist, auch verstorben. Ja, also die hat es nun gar nicht verkraftet. Carlo, der Zeuge wurde, wie sein Bruder erschossen wird, verliert den Halt. Kommt nach dem schrecklichen Erlebnis nicht mehr auf die Beine. Also ich sage mir, wir sind schon irgendwo eine ganz schöne... ...harte geprüfte Familie gewesen. Aber trotzdem haben wir alle zusammengehalten. Und das sage ich jetzt mal auch gut so. Wie viele Familien hat dieser Todesstreifen zerstört? Die fast tausend Opfer der deutsch-deutschen Grenze, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Pfingsten 87. David Bowie spielt am Reichstag. Auch im Osten sammeln sich die Fans. Naja, ich wollte mir vor allen Dingen erstmal die Musik anhören, die auf dem Platz der Republik am Reichstag halt gespielt wurde. Ich wäre auch gerne selbst hingegangen, aber da war halt die Mauer dazwischen und von daher wollte ich es zumindest halt hören. Die Mauer hat sich! Die Mauer hat sich! Stark, der sich hier einmauert, ist von krank auf der Substanz. Genau! Die Stimmung war irgendwie zwiespältig. Einerseits Wut im Bauch, dass man nicht rüber konnte. Andererseits, ja, man hatte irgendwie das Gefühl, okay, da bewegt sich vielleicht etwas halt. Vielleicht über die Musik, Musik sprengen Ketten. Halt auch Mauern vielleicht halt. Doch Greiftrupps der Stasi und der Volkspolizei beenden diesen Traum. Freude! 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 Die Polizei hat viele Leute regelrecht aus der Menge herausgezogen und in, ja, sogenannten grünen Minners halt abgeschleppt. Keine Ahnung, was mit denen dann halt passiert ist. Die Mauer hat sich weg! Die Mauer hat sich weg! Ich habe gezittert. Ich habe gezittert und ich konnte nicht mehr und ich habe dann versucht, auf Schleichwegen nach Hause zu fahren. Ich habe dann versucht, das alles niederzuschreiben, für die Nachwelt festzuhalten und musste mich erst mal ein paar Tage davon erholen. Also es war, ich war geschockt. Einen Monat später wird er abgeholt. Untersuchungshaft im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, weil er versucht hatte, seinen Erlebnisbericht in den Westen zu schicken. Von heute auf morgen wird man aus dem alltäglichen Leben herausgerissen und, ja, man ist ausgeliefert den Menschen. Das war, also man war ziemlich hilflos. Ich war ziemlich hilflos. Ich wusste nicht, was passiert. Das war natürlich sicher auch irgendwie alles so gedacht. Also, sie haben ja viel mit der Angst gespielt, mit der Angst der Menschen. Und wer ängstlich ist, der ist manipulierbar und dementsprechend auch leichter zu handhaben. Im September 87 wird Detlef Mattis dann plötzlich entlassen. Das war ganz unverhofft, ohne Begründung. Bin dann einfach halt wieder am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, als ob nichts gewesen wäre. Der Grund? Erich Honecker hat eine Amnestie für politische Häftlinge erlassen, um gutes Wetter zu machen für den Höhepunkt seiner Karriere, den offiziellen Besuch in der Bundesrepublik. Ja, ich glaube, es war für ihn emotional sehr bewegend und das muss man auch verstehen. Er war ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe ihn ja am Flughafen in Köln-Wahn abgeholt und bin mit ihm im Wagen vom Flughafen rübergefahren ins Kanzleramt, wo der offizielle Empfang war. Da habe ich etwas von dem empfunden, was es für ihn auch persönlich bedeutet. Er ist auch ein Mensch gewesen und diese emotionale Anspannung war natürlich da, sehr zu bemerken. Das finde ich auch nicht, dass es zu seinen unsympathischen Seiten gehört. Empfang mit klingendem Spiel und fast allen Ehren eines Staatsoberhaupts. Eine Konzession der Bundesregierung, um die Mauer durchlässiger zu machen. Und meine Überzeugung war, wenn Honecker selber in die Bundesrepublik gereist ist, offiziell empfangen würde, dann würde es ihm unendlich schwer fallen, diesen Reiseverkehr wieder zurückzufahren, weil die Menschen in der DDR ja gesagt hätten, nachdem der Erich selber reisen konnte, würde er ja uns das nicht untersagen wollen. Deswegen, wie gesagt, es passt in die Entwicklung der deutsch-deutschen Beziehungen und deswegen sollten wir den Preis bezahlen. Zur gleichen Zeit in Dresden. Eine staatlich gelenkte Demonstration. Der Olof-Palme-Friedensmarsch. Zum ersten Mal sind auch Bürgerrechtler dabei. Geduldet. Die Staatssicherheit durfte gerade zu diesem Zeitpunkt nicht zugreifen, weil Erich Honecker ja nicht in Konflikt geraten durfte, als er gerade in Bonn war. Aber vorher musste ausgehandelt werden, was auf den Plakaten stehen darf und was nicht. Und da gab es also die Maßgabe, bestimmte Begriffe durften nicht auftauchen, Mauer durfte nicht auftauchen, Menschenrechte durften nicht auftauchen. Das waren also schon als Begriffe waren das Tabus. Die Forderung nach Freiheit. Mitten in einer Veranstaltung der Staatsmacht. Es war etwas, womit die Genossen und die Staatssicherheit offensichtlich auch überhaupt nicht gerechnet hatten. Die waren total erschrocken, dass wir einen solchen Anklang bei der Bevölkerung fanden, dass die ganz offensichtlich danach beschlossen haben, mit dem Spuk, also der Bürgerrechtsbewegung aufzuräumen. Denn danach, wie wir jetzt aus den Stasi-Akten wissen, begannen die Planungen für einen Enthauptungsschlag gegen die Bürgerrechtsbewegung. Berlin, November 87. Aktion Falle. Laut Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch im Keller eines Nebengebäudes der Zionskirche sieben Personen auf frischer Tat bei der Herstellung staatsfeindlicher Schriften ertappt. Stasi-Überfall auf ein Nervenzentrum der Opposition, die Umweltbibliothek. Die Umweltbibliothek war eigentlich nur zwei miese, kleine, fiese Kellerräume in der Zionskirche. Und wir wollten Bücher ausstellen, an die der normale DDR-Bürger nicht rankam. Der Staat, die Stasi, die Partei, also diese Gruppierung von Menschen, die störten sich auch einfach daran, dass wir so ein richtiges Nest waren, mit ungeahntem Zuspruch. Wer wissen will, wie es wirklich aussieht im Land, hier kann er es erfahren. Umweltdaten zum Beispiel. Sonst in der DDR ein Staatsgeheimnis. Und das wollten sie schon mal testen, wenn wir da mal ein paar einlochen, einsperren, wie es denn weitergeht. Wie denn die Öffentlichkeit ist, ob es da eine Solidarität gibt. Oder wenn wir da eben mal fünfe, sechste, siebener einsperren. Oder denn vielleicht rennt alles wie ein Hühnerhaufen auseinander. Haben sie sich vielleicht gedacht oder hatten sie sich eben geschnitten, nicht? Mahnwache für die Verhafteten. Unterstützer kommen aus dem ganzen Land. Und, sehr zum Verdruss der Stasi, auch Fernsehteams aus dem Westen. Informiert von Roland Jahn, der seit seiner Ausweisung in West-Berlin lebt. Also ich kam in den Westen, ich habe angefangen Bücher in den Osten zu schicken. Ich habe angefangen Druckmaschinen in den Osten zu schicken. All das, mit dem die Oppositionsarbeit stattfinden konnte. Aber mir war auch klar, dass es besonders wichtig ist, der DDR-Opposition eine Stimme zu verleihen. Mir war klar, dass sie vorkommen müssen in den Westmedien. Nach einigen Tagen knickt die Staatsmacht ein. Die Verhafteten kommen frei. Zu viel Aufsehen. Ein Erfolg, der Mut macht. Und so habe ich angefangen, von West-Berlin aus Tonbandgeräte, Videokameras in den Osten zu schicken. Und habe gesagt, macht Interviews, dokumentiert Veranstaltungen. All das müssen wir senden, von West nach Ost. Bilder vom hässlichen Gesicht der DDR. Die Braunkohleveredelung in Espenheim bei Leipzig. Heimlich aufgenommen von Siegbert Schäfke. Wir haben da in Espenheim Bilder gedreht, da wurde der schwarz vor den Augen. Es war alles schwarz. Die Leute gingen, wenn die auf die Straße gingen, mit dem Taschentuch vor dem Mund. Die konnten keine Wäsche trocknen. Es lag ja überall Ruß rum. Die konnten nicht das Fenster aufmachen. Die Kinder waren blass. Sie waren ganz, ganz weiß. Weil die Luft war der Hammer. Die Lebenserwartung ist hier vier Jahre unter dem Durchschnitt der DDR. Viele Kinder sind krank. Verfall. Nicht nur in Espenheim, im ganzen Land. Für Investitionen ist kein Geld mehr da. Die Industrie, großteils museumsreif. Es war einfach wie in Großbritannien, in England im 18. Jahrhundert. Wirklich. Man glaubt es nicht. Doch Honecker verschließt die Augen vor der Realität. Auch als sich in Moskau der Wind dreht. Der Bruderkuss. Nur hohle Geste. Für den Mann war die DDR sein Lebenswerk. Und dann kommt dieser Kerl, dieser jungsche Kerl, der Kormatschow, ja, also der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und mit seinen unvollkommenen Reformen sozusagen bringt er alles durcheinander, was wir also mühselig aufgerichtet haben. Und die Menschen fallen natürlich darauf hin. Also komm, lass mich mit so einem Mist zufrieden. So ungefähr war die Haltung von ihm. Sommer 89. Ungarn öffnet seine Grenzen, lässt DDR-Bürger ziehen. Erstmals ist der Damm gebrochen. Und Gorbatschow gibt den Ostblockländern freie Hand. Sie sind für ihre Länder selbstverantwortlich und wir für unseres. Wir sind zwar Freunde, aber alle sind für ihre Politik selbstverantwortlich. Alle sind selbstständig. Der Druck wird immer größer. Tausende flüchten im September in die Botschaft der Bundesrepublik in Prag. Wir sind zu Ihnen gekommen, Sie mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Doch Erich Honecker besteht darauf, dass die Züge durch die DDR in den Westen fahren. Es war eine völlig Fehlentscheidung, diese Züge über die DDR zu leiten, denn sie hat die Situation auch dort in einer Weise verschärft und angeheizt, die nun wirklich nicht im Interesse der DDR-Führung lag. 4. Oktober abends, Dresden, Hauptbahnhof. Als ich in den Bahnhof reinkam, standen da etwa 3, 4 oder 500 junge Leute mit Reisetaschen, zum Teil auch Familien, es waren auch Kinder dabei. Die wollten raus, die wollten nur noch raus. Die hatten alle, die hatten die Wohnung aufgegeben, die hatten sich von ihren Freunden verabschiedet. Die Polizei ließ zu dem Zeitpunkt dann niemanden mehr in den Bahnhof rein. Ich hörte dann noch, wie einer, der rein wollte, sagte, ja, so sieht der Sozialismus aus, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ich dachte eigentlich daran, dass wir uns dann irgendwie rausdrängen. Aber das kam dann anders. Die Menschen werden zusammengetrieben in der Haupthalle des Bahnhofs. Das entstand ein immenser Druck, weil alle Angst und Panik hatten. Dann hörte ich ein Klirren. Die vorne hatten es geschafft, tatsächlich mit ihren Füßen eine dieser massiven Türen einzutreten, die offenbar vorher geschlossen worden waren, bevor man uns zusammentrieb. Wir sind dann durch dieses eingetretene Loch durchgeklettert. Also auch die Kinder sind über die Scherben gerannt und dann nur noch raus aus dem Bahnhof. Also ich wollte dann nur noch raus. Es folgen Tage der Angst. SED-Bezirkschef Modrow hat Militär angefordert. Rücksichtslos geht die Polizei auch gegen friedliche Demonstranten vor. Wehe denen, die festgenommen werden. Zugeführt. In Polizeikasernen und Gefängnisse. Ich selbst musste als der Erste von diesem LKW absteigen. Und wir sahen vor uns einen Spalier der Wachorgane, der Wachmannschaften. Und ich musste in dieses Spalier hineinlaufen und bin also von allen Seiten sofort geschlagen worden. Also bin niedergeschlagen worden, wurde mit Füßen getreten, mit Gummiknüppeln geschlagen. Offensichtlich, um uns zu zeigen und in mir nachfolgend zu zeigen, dass wir jetzt ruhig in der Hölle angekommen sind. Mahnwachen in vielen Kirchen der Stadt. Über tausend Dresdner verschwinden in diesen Tagen. Vorerst. Die Polizeidienststellen gaben keine Auskunft zu den sogenannten Zugeführten, wie man es damals nannte. Also überhaupt keine Auskunft. Nicht mal eine Bestätigung der Festnahme, obwohl man es ja zum Teil wusste. Verschwinden kann alles bedeuten. Währenddessen in Berlin, 7. Oktober 89. Unverdrossen feiert Erich Honecker den 40. Jahrestag der DDR. Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Am Abend zuvor hatte ich drei Stunden lang mit Honecker gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass er die Lage nicht mehr richtig einschätzen konnte. Er war verloren. Leipzig, zwei Tage später. Wieder ist eine Montagsdemonstration angekündigt, für mehr Freiheit im Land. Siegbert Schäfke ist mit der Kamera vor Ort. Leipzig ist voller Militär und Polizei. Also Angst hatten wir natürlich auch, dass wenn es jetzt zu Gewalt kommt, dass wir das ja dann füllen müssen. Und wir sind dann wahrscheinlich die einzigen, die das in dem Moment machen werden und versuchen, der Welt die Bilder zu überbringen. Man betete darum, keine Knüppel zu hören oder keine Schüsse zu hören. Also ich bete nicht oft in meinem Leben, aber sicherlich habe ich in dem Moment darum gebeten. Es war eine gespenstische Ruhe in dieser Stadt. Viele Leute haben sich verabredet. Was weiß ich, entweder nur die Mutter geht in die Stadt oder nur der Vater. Wenn irgendwas passiert, dass noch jemand für die Kinder da ist, muss man sich überlegen, was das auch bedeutet. Für die Leute diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich weiß nicht, was passiert. Die können schießen. 70.000 Leipziger gehen auf die Straße und die Staatsmacht schießt nicht. Natürlich bin ich dankbar, dass wir eine friedliche Demonstration gefilmt haben und kein Blutbad. Aber gerechnet haben wir damit. Die große Abrechnung des Staates mit seinen Bürgern, sie bleibt raus. Der Tag X war geplant. Es war wirklich geplant. Es hat bloß keiner damit gerechnet, dass 70.000 Leute kommen. Am nächsten Tag gehen Siegbert Schäfges Bilder um die Welt. Als ich die Bilder aus Leipzig bekam, da ist ein Traum in der Führung gekommen. Die Tränen rollten. Und ich dachte, jetzt ist es geschafft. Erich Honecker. Eine Woche später drängen ihn seine eigenen Genossen zum Rücktritt. Nach reiflicher Überlegung bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK und vom Amt des Vorderstaatsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Er hat die Realität verleugnet. Er hat nicht begriffen, dass die Zeichen der Zeit anders stehen. Dass man nicht auf ewig Menschen einsperren kann. Dass man nicht auf ewig Menschen ihre Rechte wegnehmen kann. Und die Mauer überdauert seine Herrschaft nur um wenige Tage. Es war so eine Euphorie. Man kann das einfach nicht beschreiben. Man standen auf der Mauer und waren völlig außer uns. Es war wie ein Befreiungsschlag. Neben mir rief jemand, wer jetzt schläft, ist tot. Es war ein Taumel. Es war einfach wunderbar. Bescheid standen like. Da sind dann gleich wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020